Mücken sind eine echte Plage, mit denen der Insektenvernichter von Lunatec aber ein für allemal Schluss macht. Mit seinem ultravioletten Licht lockt das Gerät die kleinen Plagegeister an. Ein starker Axialventilator zieht sie ins Gehäuse. Der Sog des Ventilators befördert die Moskitos direkt auf ein elektrisch geladenes Gitter, das die Mücken bei Kontakt unschädlich macht. Der Insektenvernichter lässt sich leicht mit der mitgelieferten Bürste reinigen. So ist von der Moskitoplage bald nichts mehr zu sehen. Das Gerät eignet sich für Raumgrößen bis 50 Quadratmeter und sollte für optimale Wirksamkeit mindestens eine halbe Stunde lang laufen. Der Insektenvernichter macht mit seinem dezenten Design überall eine gute Figur und macht endgültig Schluss mit den lästigen Moskitos. Da gibt es nur drei Dinge. Kaufen, Kaufen, Kaufen.